Hallo und herzlich Willkommen zu meinem neuen Stream, PlaySeyron. Deiner neuen Folge, sag ich mal so. So, Moment. Oh Gott. So, Moment, Moment. Habe ich gerade nicht gesehen. Wie gehts euch? Ja, mein Name ist Eddy. Heute ist Fortress. Mal gucken, ob wir Phantasia mal die Stirn bilden können. So, ich hoffe man hört mich. Ich hoffe die Musik läuft. So, wen haben wir hier? Ebolina. Willkommen. Na ja. So, wir haben heute wieder lecker gesüfft. Lecker gesüfft. Komm, machen wir mal global. Ui, 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 ui. So, das wird hier aufgebaut. Nein. Ich bin gleich bei euch. Ich bin gleich bei euch. So. YouTube läuft. Twitch läuft, soweit ich es sehe. hier. Was hatten wir denn da? Okay. Gut. Anscheinend funzt alles. Ich bin einfach nur aufgeregt. Ich würde sagen, wir starten einfach mal. So. Wir brauchen auf jeden Fall. Auf jeden Fall brauchen wir... Ach, fuck. Mann. Wusste, ich hab was vergessen. Tut mir echt leid. Tut mir echt leid. Pass auf, dann machen wir das eben so. Dann machen wir das, was alles hier drin ist. Verkaufen wir eben mit der Hand. Verkaufen wir eben gleich mit der Hand. Ja, weil ja klar das voll ist. Warte mal, ich kann doch hier verkaufen. Ich kann doch auch hier verkaufen. Mann. So. Brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Ich komm gerade vom Leveln zurück. Bimsle. So. Stones natürlich behalten hier. Den brauchen wir auch nicht. So. Dann geht das gleich alles viel schneller. So. 96er. So. Das war's. Dann soll er die ganzen Stones eben rüberziehen. nicht stopp. Start. So. 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 Die ganze Phantasia ist schon drüben. Nee. Jigsaw steht hier. Check die Lage. Oh. Das wird. Severus Snape. Willkommen. Severus Snape. Cooler Name. Cooler Name. Cooler Name. So. Auf euch Jungs. Dass ihr heute schön verliert. Richtig verliert. Ui. 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 Ja, heute, nach der Fortress wird anscheinend ein Giveaway gemacht, äh, Giveaway sage ich schon, äh, Hide and Seek mit spezialen Items. Mit spezialen Items, lasst mich mal bitte nochmal ganz kurz gucken, Discord, was gab es heute, Server News? Bitte gar nicht. Jigsaw, danke für deinen Host. Ein Viewer, dein Bot schaut mir jetzt zu. So, Supporter Seek Kyle makes today after Fortress Hide and Seek. Win Items, zweimal Santarress, zweimal Pinguin Summon School und zweimal 50 Silks. Start Event 21.15 Uhr. Nice. Der Server, ja, ich hab's ja gesagt, der baut sich langsam auf. Mit eurer Hilfe, jedes Mal, wenn ihr joint, wird immer einer mehr. Immer einer mehr. Ich denke mal, bei der Fortress geht's heute richtig ab. Ich hatte ja letzte Woche schon angekündigt, dass diese, also quasi die ganze Woche die Leute noch am Level sind. Heute hoffe ich, dass sie soweit sind. Und wenn nicht, wenn wir die Fortress heute nicht bekommen sollten, weil Phantasie ja immer noch zu schwer ist. Oder diese Woche jetzt, äh, ne, neue Leute geholt hat und so weiter. So, ich bin eigentlich fertig. Bot, stopp. Dann wird's für euch auf jeden Fall nächste Woche verdammt eng. So, dann los. Ja, wir sind auf jeden Fall im TeamSpeak. Wir haben richtig viel Spaß, sag ich mal. Hä? Es lohnt sich auf jeden Fall. So, wir wollen kaufen. So. So. Der soll mir Rang für Fortress geben, sonst kann ich doch gar nichts machen. Let's go. Ach, ich bin Deputy. Ah. Ne, ne, I have, I have. Sorry. So, wir haben von Call Elf U, hab ich ne Plus 9 Bau bekommen. Ist aber nur leider geliehen. Ist leider nur geliehen. So, pass mal auf. Dich brauch ich, ja, eigentlich schon, äh, schmeiß ich dich mal, ja, komm, hier hin. So, rechtsweig schmeiß ich mal hier hin. Dann hab ich einen besseren Überblick. Ähm, wir brauchen eins. Da. Das müsste erstmal reichen. Eine davon. Falls wir die Fortress bekommen, ja. So, ein Repair Hammer. Ne, warte mal. Erstmal die Bomben. Ich weiß, wir brauchen nicht so viele. Aber wenn man's hat, dann hat man's. Nimm einfach alles mit. Und noch einmal. Ich mein, kostet ja jetzt nicht die Welt. Von daher, alles gut. So. Ich geh mal in die Party rein. Bin drin. So, ich frag mich, wo Multivitamin ist. Multivitamin. Wo ist Multivitamin? Hä? Okay, es sind einige online. Sieht sehr gut aus. Hallo, das ist ja hier beim, vom Laptop Moment. Äh, Ausgabegerät war ja so klein. Wir müssen auf jeden Fall auf die Kopfhörer drauf. So. Ja, so müsste es richtig sein. So, wer schreibt mir? Ja. Noch bin ich da. So. Okay, wir haben uns alle irgendwo hier versammelt. So, wir haben noch 20 Minuten, bis die Fortress anfängt. Ich hab leider die scheiß Captain Ivy Quest nicht weitergemacht. Ich hab die... Wie gesagt, wenn... Ich wollte die gestern mit euch im Stream machen. Hab die leider nicht gemacht. Ich bin mal gespannt. Wie ist aus, Genji jetzt? Ich bin mal gespannt. Ich bin mal gespannt. Ich bin mal gespannt. Ich bin mal gespannt. Kommt, wir gehen mal ganz kurz rüber. Ganz kurz rüber. Ach, hier muss ich auch wieder umstellen. Na, wenn ich die, äh, Dings immer umstelle. Aufhörer. Aufnahme. Hand speichern. Ja, passt an. Channel switched. Weißt du das? Ja, Siege Kyle macht heute ein Event, so wie ich das gelesen habe. Ich habe es gerade noch vorgelesen. Ja, stimmt, ja. Heil den Sieg. Heil den Sieg mit... Ah, Santarres, Pinguin, Summon Scroll und Silks. 2x50, glaube ich, oder so wandert. Ja, genau, ja. Was musst du auch machen? Ich brauche noch Deputy Sings. Heil den Sieg machen. Geil. Gerne. Jungs, ich brauche noch Deputy, das ist definitiv. Eleonora, willst du Deputy machen? Soll ich Deputy machen? Nee, du kannst nicht. Wir können es versuchen, wenn ich das mit den Dings dann nicht verkacke, mit den Obstacles. Naja, alles gut, das wird schon. Ich kann das nicht. Noch nie gemacht und werde ich auch nie. Obstacles, habe ich auch klar. Ich habe das jahrelang nicht gemacht, wie ich das irgendwann gemacht habe. Und dann dachte ich, wow, das ist voll easy. Ja? Ja. Na ja, gut. Wir haben... Irgendwann mal. Vielleicht. Ah, da ist Skondi. Was ist doch da? Weil er Besuch hatte vorher noch. Kommt der in TeamSpeak, dann kann ich dem vielleicht jetzt doch schon die Hand drücken. Dann würde ich jetzt doch groß fliegen. Dann pimp man alles. So, dann klatschen wir mal plus neun, hä? Ich weiß nicht, ob der Monster vielleicht jetzt so schon besser ist als einer. Ja, ja. So Leute, bin raus, wir haben einen eigenen Channel. Mach euch nicht mehr. Tschüss. Tschüss. Hallo, tschüss. Hallo. 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 Hey, ist das der Eddy? Ja. Na? Ja, hey Eddy, was geht, Bro? Ja, gleich fort fürs Klatschen, ne? Das ist jetzt die Gilde, äh, das ist jetzt Discord für unsere Gilde. Äh, das ist einfach meiner. Ich hab gedacht... Ja, hab ich gelesen. Multivitamin. Ich kann den auch ändern. Vitamin C Channel. Hahaha. Ich kann das noch schnell ändern. So, lass mich mal eben gucken, wer hier drin ist. Wir sind hier alles drin. Wir wissen heute auf jeden Fall die... Die Faser-Tanisten. Ja, da müssen wir lachen mitgehen. Hey, willkommen, Mr. Security und Sleria. So, Magic Pop. Hallo. Caesar. Oh, Caesar, nice to see you again. Thank you. So, we must, uh, change now the language on English. Oh, that's, that's fine. Ich sperre ein bisschen Deutsch. Ah, dann verstehst du auch Deutsch. Nice. Wer versteht Deutsch? Hey, hat sie immer noch schnell Protektor Elixiere? Ich muss noch schnell was auf Plus 5 machen. Ja, ich hab mehr. Wer braucht den? Ich hab noch... Multivitamin. Also... Auf Swiss. Wo bist du? Wenn ich dir 50 gehe, wie geht das? Wo bist du? Äh, für Magic Pop. Wir hat locker. Hören die mich überhaupt? Hören die mich? Ja, hallo? Ja, ja. Auf Swiss? Ja, Swiss. Danke. Hier wird immer voller hier. Oh, das wird was. Ah, wir haben heute echt gute Chancen, ne? Vor allem mit Caesar sind wir noch dabei. Ich versuch, ich versuch, warte mal. Ich muss ja noch gucken, dass ich... Was? Oh, ja. So, at Fortress, we just speak English. Ist das okay for everyone? Ich denke, es ist okay. Oh, ja. Maybe not now, but when the Fortress starts. Ja, okay. Ja, sure. Wie viele Parties do we have? Mine is still empty. Okay. Make party full. Oh, no, there is some more. Okay. Hey. Äh, warte. Carl Fmi ist nicht hier, oder? Äh, schreibt ihm mal. So, everyone have, äh, Vigor Pots? And everything like that? Nein, 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 nein. Ich brauch, gib mal. Deutsch. Ich brauch auch noch Vigors, die 25er, wenn du hast. Ja, ich krieg sie irgendwann wieder. Neeeicht. No, not this Vigors, not this Vigors. Vigor Grain. Okay, okay, Vigor Grain, ja. I need Vigor Grain. Uh, gib sie mir tausend Stück. Who need? Me. Mit der Security? Ja. You can exchange Multivitamin. Mit der Security. Multivitamin. Ich mag den Namen. Multi? Äh, was wollte ich denn? Ich wollte, ich wollte mein Bot einstellen. Anyone need also? You can exchange me when someone need grains. Nein. So, machen wir da mal 60. Und HP bei 80. Wollah. Nos, Vigors. Ach, nein, 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 nicht, äh, Bot starten, nein, 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 nein. Everyone have damage scrolls? No. I can give it also. I have enough. It could be better. Damage observation. Es gibt nur vier Leute in meiner Gruppe, ist es jemand anderes? Hier haben wir eine Party. Ja. Hoch, Cannot Find, Call of You. Call of You. Oh, 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 da läuft einer, da läuft einer. Dann mach ich mit. Warte nochmal. 1, 9, 1, 4. Danke schön. Danke schön. Hey, dear. Brauchst du auch Damage Scroll? Call of me? Was blöd ist nur, dass mein Gang einfach viel eleganter ist. Boah, abgehoben. Guck mal, guck mal, wie mein Arsch sich bewegt. Mann. Guck mal hier, ich überhole dich auch noch. Ich hab Heavy Armor. Ich hab zwei Heavy Armor Parts. Ah. Exchange mir, wenn du brauchst. Es ist gross. Just exchange multi. Bleibst du jetzt sofort für's? Ich hab elf Minuten Zeit. Wir haben jetzt noch elf Minuten Zeit. Ah, wir laufen sofort. Warte mal, ich tue mein Pettchen weg. Ja. Ich hab mir auch eins gegönnt. Ich hab mir den hier geholt. Oh, der ist nice. Deputy Commanders. Did you get the Blacks or something? From the Fortless? Uh, I got already all. Okay. I have attack, defense, obstacles, commands, command post. So, everyone needs Vigor grains. Kalavi, give it to me for the guild. He's a good guild member. Wow. Like Vigor recovery grains. Yeah. Someone need it. I need damage scrolls if someone gets them. Yeah, I will give you. Damage scrolls. Ah, you mean the damage scrolls are the balloons or what? I don't know. Someone just said. Yeah, it's damage absorption scrolls. There is one more for the attack. Ah, yeah. I got them. I got them. Oh, don't go for Uru now, please. Why not? Yeah, you can go. But be ready for the Fortless. There's noch ir in here. Hey, what is your dress called? Security? I will buy it. I don't know. It's okay. Warlord Armor Shade. Head is Project Master Yi. And accessories is human male warriors. Black attached. Ah, no. It's okay. I don't want to buy it. Wait. To my P4P dresser, okay? Okay. Ach, gut, dass du sagst. Jetzt laufe ich wieder den ganzen Weg zurück. Mann. Ach, kacke. PvP-Dress. Stimmt. Perdi, wie viel ist mein PvP-Dress? Hahahaha. 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 Hast du echt den Fischkopf gekauft? Hahahaha. Hahahaha. Ach, herrlich. Ah, Human PvP. Was raus. 唉! Da... Da... Oh, duk kannst du cymbas! Da... Ich find die gut! so let's be ready for fortress i don't have any obstacles call effi are you here when you are here peer me i must sort my inventory one time i have 56 scrolls for today that would be great oh that's going to be fun today and that's going to be really fun we have two full groups you have a hero dude my party is already in 7 people that's nice that's going to be really hard for you so we can finally move our gold coins we can finally move our gold coins and then we can finally move our coins my hundred billions no no joking yeah yeah hundred billions of course gold coins eintauschend ähm gold coins kaufen wenn du das fort das war hast dann zahlst du eine b für die oder sogar weniger glaub ich ja weil du hast ja 10 prozent text drauf und wenn wir die fotos haben bezahlen wir keine taxen also keine keine steuern mp and hp potions das muss ich mir kaufen das dress hier dass sie viel geil aus als 1 und wem äh das wäre gut das wäre ja ja der tat ich schon mal gesagt das sieht so geil ja ja danke dir so richtig schön so gewagt und gefährlich aber auch irgendwie unschuldig irgendwie keine ahnung das kreuz macht es wieder unschuldig wo muss ich mich hin porten dann 1 3 3 äh i don't know multi multi sagt dann multi ah you are talking in discord chat ja wir will go we i think we go we go at the at mid gate ich hab wieder was vergessen k2 so wir haben ja noch 5 minuten ich hab schon wieder vergessen ich hab ja doch meine sun destroyer parts noch will ich jetzt ansehen ach kacke so dann hatten wir den 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 der war plus 7 meiner war plus 7 no 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 so sorry someone was in teamspeak okay okay so so we will go on middle gate i think k2 is it's okay because on the right and left side we must all time destroy the obstacle and this is true yeah yeah maybe we should we have enough um cleric years we can make it with cleric skills and we include uh them together and another and we can easy kill them yeah but first we have to check how they can uh playing yeah but i think when we are on cleric they they can kill us because we are too too many and two strong peoples here two strong peoples here because on teamspeak there are only 10 peoples eleven or eleven yes twelve twelve and plus two or three charts more characters more because they are logging into you can join only with one account it's ip limit is that ip or pc ip okay yeah i can and holy water temple too but i can't log in my my board when you like when we don't uh we can we can log in uh with our uh i don't know mobile internet so okay oh you have a proxy server i know my 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 laptop works on uh with my mobile phone network so i can log in haha in switzerland you have a 100k uh wi-fi on uh on the mobile phone really yeah so good so hard in switzerland standard oh i will delete now my other chairs i close them a good idea that we don't have lag and everything but you can't go to the internet in switzerland when you're from germany without paying billions so expensive when you go to the internet with your mobile phone yeah 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 so caesar even with aldi talk i need to talk caesar uh not caesar i mean um mr security yeah so you buff uh call f me yep you buff caesar yep and you buff me no yeah 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 if you can give you can see he can make hide and seek hide and seek hide and seek hide and seek you can give also callari to callari okay yeah but he is not in our party all right all right oh yeah okay maybe we should take him to our party yeah we must we must i go in and buff trick so who is who is chibana krisa i don't know i don't know i don't know what we started gate 2 gate 2 wait go together okay can someone build here a commando post yes me okay that's uh uh chinese don't buff your magic and fusish uh uh physical command a post ready buff yes call f me can you ban chibana krisa from our party okay love it sen bize geleceksin may where is kawali coming party number uh uh call f me make that only he can invite nice nice okay we have probably got the right yeah mr security will come i don't know i got telepotted again i don't know why Ja, weil wenn du zu früh teleportierst, dann gehst du raus. Es hat bereits angefangen. Kommander-Pots? Ja. Ja. Ja, bleiben Sie. Jetzt, woher? Warte einen Sekunden für den Warrior. Warrior, schnell. Wenn ich unsichtbar bin, sind meine Pats auch unsichtbar? Vielleicht ist es eine Wizard, die wir unsichtbar machen können. Ich habe versucht, aber... Wir brauchen das nicht. Wir brauchen das nicht. Also, gehen wir. Kannst du mir Warrior Buffs 2 geben? Herr Sicherheit? Oh, ich habe eine Disconnecte. Oh, fuck. Also, gib mir die Pain. So, du kannst die Physikal-Fans oder Energie-Fans... ...multi-Fans... Okay. Oh, shit. Ja, nicht vergessen, die Skrulls. Okay. Wir gehen Mittel-Gate. Oh, da. Oh, so... Okay. Okay, ich habe ihn. So, attack the Gate. Wizards attack... ...the Players on top. Okay. Und look, dass ihr all-time Blast Spell habt. Wir haben genug Clerics. Und wenn jemand die, ...just Rest. Und, äh... ...remember... ...Black Rest ist nicht hier. Ach, attack the gate. Ach, attack the gate. Drauf, drauf. Auf die gates. Elinora, tot. Ja, ich habe eine Bombe geworfen. Nice. So muss es. Falsche Hase, tot. Anduro, dead. Bam, tot. T-N-T-E. Irgendwie. So. Heißt der. Und, äh... ...don't forget, all the time, ...when you rest one, ...give Magic Physician directly. Because... ...it's... ...it's important. Weißt, die haben alle Blast. Außer klatschen. Wie klatsch ich jetzt? Wie klatschen. Wie klatschen. Wie klatschen. Oh shit. Oh shit. Ja, gut. Falsche Hase tut. Ja. Wir müssen wirklich die Gate attacken, nicht die PvP machen. Ich bin schon attackiert. Ja. Nice, nice, Leute. Elinora ist tot. Jetzt attack die Gate. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Sie sind wieder tot. Der Klatsch ist tot. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was ich verwandelt. Hell, I don't know about that again. When they are awakened, I will make my Bless spell then. Troll and Bash need a rest. Du bist mal einer Troll and Bash. Kommt er nicht ran, Mann! Ach so, weil er tot war. I will make next Bless spell. And then I will go. And the bow will knock back me. Falscher hase tot, nice. All dead. Chicks are dead too. Noll Cavalli lay on the ground, but I can't Bless. Aduro, Aduro! Yeah, I got him. I have hooked now. Come, come, come. Yes, nice. Hochspannung. 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 Come on, come on, come on. Can someone make Bless? Nice. Yeah, I make it. Yeah, nice. Yeah, nice. Get close to half. Falscher hase, der macht damage. Aufpassen. So. So. Bombe. Gehen. Ohlala. Fuck. Hey, Bless is coming, Bless is coming. You, we got in the fallen knight. I lost. Football, who in the fuck door is? Who steht? Who has to hit him? Ohlala. Ohlala. What was this time, Alex? What was this time... huhlala. Wait, what is this time? You know, I have to put him on the ground. Ich bin tot. Ich bin jetzt in Book, ich glaube, ich bin nicht in Book. Ich bin jetzt in Book. Vielen Dank. Wir haben eine Gruppe. Wir haben eine Gruppe. Ich bin nur drei Leute, wo andere sind. Ich weiß nicht. Vielleicht ist DC. Warte. Physische Magische, bitte. Ja, so. Wer benutzt das? Ich habe den Weg. Ja. Ja. Oh. Ich brauche nicht mehr. Nein, 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 geh raus. Mann, geh raus. Ich sehe nichts, Mann. Nein, nein, nein. Ich mache es. Nein, nein. Ich mache es. Es geht nicht. gut gut ja, schön ok, digg so, digg so drauf, drauf, drauf nächstes Flash, aber ich werde es machen gut gut jigsaw, dead, nice gut 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 ja, gut 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 Did someone rest me? Sorry, you don't have buffs. Ich habe alle Bläs. Dann gehen wir ein bisschen zurück. Ja. Bläs ist bereit, geht's. 5 Sekunden für Warrior Scream. Wir können Zerk benutzen. Wir können Zerk benutzen. Es ist okay, wenn sie mich attacken. Okay, Blaslighter. Okay. Call F me. Can you look on the left side? Maybe there was a Bard before. You can look. You see him or not? Perfect. Nice, my friend. Okay. Yeah, then we get the... The gate down, then it's easy, I think. Rest, please. Rest, Black. Find it. Okay. Great. Okay. Bye bye. Okay, bye bye. Ja, sie ist da. No time down, klatschen Osiris Osiris Klatschen down, Haduro 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 Gank so gut I will rest you Make a good rest No 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 Bless is coming Don't fight Rupes is coming Ok Bless is ready Is Seleria Discord Yes Yes We must Eleonora We clutch Ah ok You have screen I have bomb ready Just loot Hit him We have to loot them I go on Fulcher Hase Me too Gluteal Here Eleonora Eleonora First Eleonora Together One, two, three Go Easy peasy Left Easy Nice High High Spannung Good Ok, wait, wait, wait So we can attack the gate again Yeah We need to make the gate down because then it's easier to fight Defense break is on All of the gates Oh Warrior dead Yeah Yeah I rest All Thanks for here Oh Oh Um Polaf and Callavi Must use Zerg Together If you break the If you Oh yeah Talk talk Sorry They use Zerg Together Can I get a rest maybe? I'll try But uh They stunned me Haha Yeah I'm on the way I'll try again He's using blood Where they spawn Manho House Haha Ok So let's go again on the Gate Are you screens on? Let's do it Don't Maybe not Ok, blessed Just 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 Attack the gate Hey I couldn't rest you Really Sorry man I got the whole cycle stunned No problem Yeah Call F me Don't go Don't go In live turnover Man Man Don't fight too much Just go on the gate Yeah Just go on the gate Everyone take the cleric Take the cleric Don't attack Just go on the gate Make the last spell all time Then we can easy fight them Yeah Have fun there Bless is coming And 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 Beat them Black stay Abi V2 Get Sancı Kappa Onlar Onlardan biri Dışarıya çıktı Onlardan biri Dışarıya çıktı Ben olayı anlamadım Girelim der Olay Olay Ne Girelim Onlar Only on the gate Krest Krest Das Collage ist der Fall. Aynen. Hier auf ein bisschen Bile. Uhh, hier ist der Fall nicht. Das ist der Fall nicht. Ich habe normal sein, du bist du. Neue ist der Fall? Verstehen, die red Godfass. Mit faudere. Ja, die's an ihr habt. oder schocker wada was please